Hertha BSC Berlin, VfB Stuttgart 2 zu 2 FC Bayern München, Hannover 96, das Spitzenspiel als Verfolgerspiel 3 zu 0 Bayer Leverkusen, VfB Wolfsburg 2 zu 1 SV Werder Bremen, Eintracht Frankfurt 1 zu 2 FC Augsburg, Sportclub Freiburg 1 zu 0 Borussia Dortmund, Hamburger SV 2 zu 0 Mainz 05, Schalke 04 1 zu 1 1899 Hoffenheim, Borussia Münden Gladbach 2 zu 2 Eintracht Braunschweig, FC Nürnberg 0 zu 1 Ich schlage den Wörfe Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017